Hallöchen, Hallöchen. Und hier steht der Feuer... Feuertyp. Und der Geist der vergangenen Weihnacht oder so. Der feurige Typ. Genau. Was erzählt er uns? Wir müssen den Wind stoppen. Scrooge und Belle sind gerade in ihren Weg. Richtig, die Feuerwerkskanon. Das wird's tun. Okay, okay. Hui! Hä? Ähm. Okay. Gut. Na gut. Kann man so machen? Muss man aber nicht. Hallo? Was? London liegt mir sehr am Herzen. Oh, nach Rad kann ich das... Brrrr. Jo. Ist in Ordnung. Ich weiß, wo das Rad ist, aber ich weiß nicht, wie wir da ankommen. Wo denn? Das ist doch angekettet gewesen. Ach ja. Warte, wir können mal hier gucken. Mhm. Da. Nun. Da haben wir was zu tun. Aber was? Trötchen einfach davon. Geht nicht. Tudü. Geht nicht. Schade. Drei Schlösser, drei Bäume, aber mal viel Schnee. Sie haben noch. Genau. Ah. Ah. Was ist das? Das ergibt Sinn. Ein Kassengriff. Was? Immer noch hier. Ah, okay. Gut. Okay. Da. Ah. Naja, da fehlt ein Rad. Haben wir verstanden. Mach ich den? Ah ne, kann ich noch nicht. Okay. Nein. Hängt hier noch irgendwo was? Nö. Ich seh nix. Ich auch nicht. Und. Gut. Okay. Immer noch nicht. Ah ja. Doch. Wo? Du kannst doch mit der Pfeiltaste oben rechts noch auf einen anderen Part gehen. Ach so. Oh, das hab ich. Ja. Okay. Denn hier. Da. Nö. Ne, die Kasse ist da unten. Kassengriff haben wir doch bekommen. Links. Ach. Ja, ja. Stimmt. Hast du recht. Oh. Hä? Elf. Ah. Was steht da um? Eine Acht. Ö. Mach sechs. Ja. Ne, mach da die sechs. Dann jetzt die vier. Sechs. Ah. Okay. Schrauben, Schlüssel, Marke. Na ja, das war wie ne Tasche, aber frag mich nicht mehr wo. Pff. Karte. Da. Okay. Hätte man diese Karte nicht, man würde sich dumm und dämlich suchen. Mhm. Haha. Okay. Was haben wir hier? Eine Drahtschere. Und damit das Rad vielleicht abschneiden? Wo auch immer das gewesen ist? Irgendwo. Vielleicht hier? Nee. Nein. Aber hier können wir auch was machen. Da nicht? Äh. Ah nein, die Drahtschere. Ja, geh da nochmal hin. Äh. Okay. Hahaha. Wo war denn das jetzt? Äh. Zurück. Da. Der Kranz. An den Bänken. Da die Drahtschere. Ah. Aha. Ah. Ah. Okay. Das war ja hier. Das Bild war da. Mhm. Ah, guck mal. Du hast auf den Bildern ein Stückchen von der Schneeflocke. Ah. Ah. Ja. Und die beiden. Ja. Okay, das hat Sinn ergeben. Was ist das jetzt? Ein Flügel? Ah, von dem Engel! Ja, wo waren die? Hier? Nein. Nee. Äh. Da? Ja. Ja. Tralalaa Schneeflöckchen, weiß Glöckchen. Was? Keine Ahnung, ey, ich bin durch. Da. Aha. Da ist der Baum. Okay. Und? Hä? Ein Ladestock, okay. Ach, für die Kanone dann. Ja, stimmt, die Bäume waren auch ihr. Ja. Da, 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 da. Äh. Okay. Arschman. Der Globus ist genau in der Mitte vor dieser komischen gestreiften Socke. Ah. Ich kann darin keinen Klimpern hören. Das ist ja schlimm. Ja, eine Münze fehlt, glaube ich, noch. Ach so. Ich hab schon zwei reingepackt. Ah. Geh mal nach oben und ein Stückchen nach rechts. Auf diesem Maßband. Ne, wieder nach links und noch ein Stück nach oben. Ah. Da. Ja. Wunderbar. Schön. Ich starre es wieder an. Ich auch. Und sehe nichts. Männer, die auf Fliegen starren. Ja, genau. Äh. Ah, die Kreide. Geh mal ein Stück nach rechts und ein Stück nach links und dann ein Stück nach oben. Unter dem Apfel. Ah. Ah. Okay. Ich dachte, dass es der Korkenzieher war, nicht? Ah, der Korkenzieher ist unter dem Maßband, wo die Münze gerade drauf war. Ah. Ja, der Korkenzieher ist in dem Schuh jetzt links von dir. Vor dieser Schriftrolle. Mhm. Der Bumerang. Geh mal schräg rechts nach unten. So ein bisschen. Ja, stopp. Wieder ein Stück hoch. Das ist mit dem roten Rand. Das ist der Bumerang. Ah. Da. Mhm. Handschuhe. Habe gefunden. Da. Schräg. Ja, perfekt. Tada. Da ist der Hammer. Ja. Und das Messer. Genau. Und der Stern. Ich weiß nicht, was du dafür machen musst. Stern von Bethlehem. Da ist er doch. Ah, die Nadel. Ich sehe sie. Ja? Ah, da. Peng. Danke. Geht doch. Feuerwerk. So. Können wir jetzt? Nee, können wir nicht. Wir haben das Rad nicht. Aber kannst du den Ladestock da schon dran machen? Warte. Nö. Nein. Okay. Nee, wir brauchen erstes Rad. Dann gehen wir hier hin. Und was ist denn hier? Da ist das Rad dran. Aber wir kriegen ja das ab. Ah. Hier. Ach, damit. Entschuldigung. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir mal irgendein Werkzeug hier behalten. Ich war gerade ganz geflasht. Ja, da bin ich auch nicht von ausgegangen. Also wieder zurück und wieder dahin. Und jetzt kriegst du das Rad. Ja, Dreh am Rad. Wundervoll. Dann kriegst du den Ladestock. Das ist doch immer du da. Ja. Okay. Und dann die Zündschnur noch. Mhm. Äh. Da? Ja. Sonst haben wir keine Streichwilzler mehr. Aber wir haben doch dieses Anten-er-Ding. Ah. Stimmt. Ja, hast du recht. In your face. Jawohl. Wundervoll. Hä? Frohes Neues. Schön. Bling. Ja, jetzt kann sie lachen, ne? Hast du einen schönen, tollen Ring gekriegt. Hihi, wie sie gekünstelt hat. Mhm. Oh. Jetzt sitzt sie da und er steht da. Es ist unglaublich. Die Vergangenheit hat sich zum Besseren verändert. Das ist toll. Ich trau dir Brad nicht. Hä? Jesus kommt einfach die Treppe runtergestellten. Aufgeschenkt. Das ist doch der Geist der aktuellen Weihnacht, glaube ich. Okay. Jetzt ist sie kaputt. Hello there. I'm the ghost of Christmas present. It was good for you to change your uncle's past. But the present is still... It's a wreck. Warum? Ich glaube auch. See that? Scrooge's clerk, Bob Cratchit, sent your uncle a letter asking for help. But that naughty little Scrooge got in the way. Okay. He got in the way. You better find that letter. Tiny Tim's life is on the line if Scrooge doesn't get it in time. Oh my. Listen to me rhyme. Say, you better hurry. Alles klar. Liefere den Brief an Scrooge ab. Ja, hier. Das kriegen wir wohl hin, oder? Wenn wir das Inventar aufkriegen. Scrooge ist noch nicht über den Berg. Sein Leben wird bald enden. Okay, hier. Da. Ja, genau. Ach, bitte. Oh? Oh, oh, oh. Er versucht Licht auf etwas zu werfen. Okay. Er zündet an. Ja, doch, doch. Will er nicht. Ich glaube, du musst genau auf den Arm klicken, oder? Hatte der da nicht so eine Art... Oder fehlt dem einfach die Hand? Nee, dem fehlt die Hand. Wahrscheinlich. Okay. Miete Katze. Können wir den Hasen mitnehmen? Nein. Eine Karotte. Und der wird mir überall hin folgen. Wir haben nur Bonbons. Tut mir leid. Hm, schade. Hallo, Oma. Die Tür neben dem Scrooge hat noch geblinkert vorhin. Oh. Oh, natürlich. Wir bekommen die Küchentür nicht auf. Oh, hallo. Hä, wo ist die Tür hin? Ähm. Einfach zugemauert. Aha, überarbeitetes Familienporträt. Kuckuck. Na, sie sitzt doch jetzt neben ihm. Das sieht man doch schon. Ei. Okay. Äh. Ja. Münze. Brief. Äh. Die Karte sagt, wir können hier noch was machen? Ja. Können wir mit Omi sprechen? Nee. Na gut. Ja, die Blöcke haben wir auch nicht. Hä? Hm. Ja, miau. Was will denn die Katze? Sie will nicht aufwägen. Oh, jetzt mit der Tröte vielleicht? Tü-tü. Ja, genau. So weg ist auch immer Katzen. Und die schnurren dann, natürlich. Ja, weißt du jetzt, ob man die einfach mal streichelt oder so? Etwas Milch. Hier ist ein Bonbon. Mehl? Nein. Auch nicht. Rollknäuel. Was machen wir denn damit? Äh. Keine Ahnung. Irgendwas da. Ah. Nein. Achso, ich dachte, das wird ein Minispiel sein. Ja. Okay. So, da ist das Familienporträt, der Rest. Nee, nicht der ganze, oder? Ah, doch. Oh nein, was müssen wir machen? Äh? Ist ich einfach verschwunden? Okay. Durchlauf dir unterschiedlichen gefärbten Bilder, bis du eine Szene erstellt hast, die Ebenezer Scrooge schnellstellt und akkurat abbildet. So sieht es aus. Ja. Oh Gott. Äh? Hat der einen Kick? Ja, von der Farbe her kommt es aber... Okay. Ich glaube, das Blaue muss es sein, oder? Nee, guck mal, er ist doch farbig. Ja, aber eben, da stand doch... Ah, guck mal, hier. Ah, jetzt, okay. Ah. Oh, ich glaube, das war schon richtig gerade. Das? Nee. So, das ist falsch. Das unten ist auch noch falsch. Jetzt. So? Nee, das hier ist noch falsch. So? So. Und ganz rechts oben ist auch noch falsch. Jetzt. Aha. Aha, aha, sie hatten zwei gemeinsame Kinder. Mhm, okay. Aber das Kinderzimmer ist weg. Wo haben sie die versteckt? Im Schrank? Ich sag doch, die haben das Zugomauer. Die Kinder sind da noch drin. Er hat bestimmt nichts dagegen. Nein. Nö. Also, dass wir da reingehen in seine privaten Gemächer. Nee, alles easy. Jetzt können wir hier wieder was machen. So. Ah, da ist die Weihnachtsmannhand. Genau. Und jetzt haben wir einen Küchentürknauf. Mensch. Aha. Hallo. Ich weiß, wie mein Kekse bäckt. Das braucht nicht mehr Mehl und ein Ei. Hier ist der Mehl. Mehl und ein Ei? Und das ist das Ei. Schmeckt bestimmt gut. Mhm. Da, rühr um. Ja, die Milch können wir ja nicht nehmen. Ist ja für die Katze. Ein Teil des Teeservice fehlt. Ja, und jetzt? Wir müssen den Teig nicht schon ausrollen. Ja. Oh, wie toll. Schön. Wundervoll. Einen Keks kriegen wir jetzt da raus. Wunderbar. Und was macht ihr mit dem Rest? Schmeißt du weg? Also, ich hätte den jetzt einfach so gegessen. Hä? Was denn? Jetzt können wir gar nichts mehr damit machen. Keksteig ist viel leckerer als... Fertig gemacht, nicht Kekse. Das stimmt. Wir können nichts mehr damit machen. Hä? Ach, pass auf. Ach so, hier. Mhm. Da fehlten noch Zuckerstreusel. Ach so, natürlich. Und jetzt? Rein in den... Wieso guckt der so böse? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ah! Please turn up the heat. Was ist denn mit dir? Oh, die sollt sie anmachen. Da. Hast du nicht gehört? Wo denn? Weiß nicht. Die Kohlen anzünden, hat sie gesagt. Aber wo sind die? Ah, da sind sie. Ach, okay. Gut. My stomach rounding. I need to eat. Ja, beruhig dich, hier. Oh, danke. Was habt ihr uns jetzt gegeben? Ein Würfel. Ach, okay. Ah. Nun gut. Unter dem Weihnachtsbaum war das, ja. Ja. Hier blinkt auch noch. Oh, nee. Teaser, wie es geht. Am Schrank ist noch was. Ich sehe, dass wir es nicht aufbekommen, aber... Ja, einfach damit wir es gesehen haben. Und hier ist noch was. Nicht gerade die weltbeste Haushälterin. Nun. Man könnte ja jetzt auch ganz verrückt sein und einfach mit den Händen die paar Spinnenweben wegmachen. Aber nein. Könnte man. Aha. Okay. Für den Schrank. Ach so. Hast du recht. Oh, wie toll. Oh, wie wundervoll. Oh, den Pilz. Ich sehe den Pilz. Und zwar siehst du den Kuchen unten in der Mitte? Da liegt er rechts so dran. Ah. Ja. Und da ist der Knoblauch. Da ist ein Zuckerwürfel. Da ist der zweite. Und da ist der dritte. Und der Teller. Okay. Der meist liegt auf dem oberen Regal relativ mittig. Mhm. Die Schriftrolle ist ganz links. Auch links neben dem großen goldenen Irgendwas. Ja. Da sind die Weintrauben. Ah ja. Die habe ich auch gerade gesucht. Die Pfeffermühle ist neben der Weinflasche. Links neben dem Kuchen. Ah. Okay. Das Schmetterling sitzt mittig auf diesem großen goldenen Ding. Ja. Und hier ist die Schneeflocke. Da. Ja. Und der Käse ist rechts neben dem Kuchen. Käse. Da. Juhu. Wie nützlich. Bitte schön. Wow. Wow. Knaller. Ein Engelsschlüssel. Wofür? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Hier können wir noch irgendwas machen, sagt er. Ach, da haben wir einen Teil. Ja, geh nochmal dahin. Du hast einen Teil für die Schrift vergessen. Guck mal unten im Kästchen. Ah. Oh. Okay. Ach, da. Hier. Aha. Hier drinnen könnten sich Stücke des Briefs befinden. Oh, Stücke. Wir brauchen nur noch eins. Können wir dem Hasen nicht die Müllrück klauen? Wollte der unten nicht eine haben? Warte. Die bestimmt nicht. Nein. Bücherstützen. Ja, wo haben wir die wohl gesehen? Unten. Tja. Geweih. Fehlt das Geweih. Alles klar. Aber nicht ordentlicher. Glücklicher, aber nicht ordentlicher. Okay. Oh. Aha. Oh, jetzt ist sie blau. Mhm. Super toll. Das war es hier auch schon wieder. Äh. Doch nicht. Aber. Äh. Bücherstütze. Können wir das mittlere Buch irgendwie aufmachen oder so? Mhm. Nee. Oh. Hä? Das geht auch noch nicht. Ist wir da was denn nähen oder so? Nee. Was soll denn hier sein, bitte? Ich hab keine Ahnung. Ist es nur hier? Ach ja, stimmt. Wir können gar nicht woanders hin. Also, können wir schon, aber bringt nix. Aha. Och. Komm schon. Leckumio. Wofür war denn das? Ja, ich glaub, an dem Tannenbaum hing doch schon drei davon. Ah. Ja. Oh, danke. Aha. Und dann kriegen wir die Buchstütze. Sehr schön. Wie wunderbar. Als Kaninja. Ja, jetzt läuft's ja auch endlich mal wieder nicht wie vorher die ganze Zeit. Sag es nicht. Entschuldigung. Hm. Nein, wir haben den Brief zusammen. Erst so und dann so. Genau. Ja, das ist jetzt ja easy peasy. Jawohl. Natürlich. Nicht. Klar, aber eine Frage. Nicht. Okay. Okay, fehlt immer noch das Geweih. Aber müssen wir nicht dem Onkel jetzt erstmal den Brief geben? Ach so. Nö. Nö. Hä? Okay. Sieht nicht so aus. Ist egal, der Brief. Alles klar. Ich hätte es schon probiert. Probieren wir es. Nö, ich kann ihn nur öffnen. Was? Warum? Geht nicht. Wollen wir dann einfach in der nächsten Folge gucken, was noch zu tun ist? Jawohl, das tun wir. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.